Jetzt... 20 Stück werden wir erreichen. Nennste? Kaufraus stand gerade da als Trophäe. Los? Warte schon lange. Ich nie. Lass mich da. Wo ist ein Gin? Die hat doch das Auto geholt beim Video, hast du das nie gesehen? Ja, ja schon, aber... Die ist doch nicht die andere Stadt, die Leute helfen. Also hier wirst du schon... Ach ja, stimmt. ...Morsten und so. Dann hat er gesagt, wenn sie ihrem Vater nicht helfen kann, will sie wenigstens in einer anderen helfen. Ja, da hast du auch... aber... aber ich brauche was, wo ich meine... meinen Zweck rein tun kann. Hier? Hast du da... ach nee, ach so, dein Lager. Ja. Ja eben. Nee, aber wir müssen kurz eine Arena ins Lager. Hast du da auch die Lagerküste? Ja eben. Ich weiß nicht, ob wir es machen wollen. Gehen wir jetzt zur Haupt-Quest. Hier zu der... Guck mal, die ist heilig. Wer ist heilig, hä? Die, der hat einen roten... Einen roten Ring, hat so rum... Die steht auf... Ja. Was guckst du mich so an? Bitte bring da rein. Bitte bring da rein. Gucken wir jetzt rein, ja? Ja, wir machen das nicht. Nöö. Ich will eine neue. Willst du eine neue? Guck mal, meine Hände. Ach du denkst, du hast ja schon ausgenuddelt, wa? Ja. Was ist denn mit dem hier? Warum hältst du denn? Ja. Aber sie ist wohl noch immer wieder. Wie, wie jetzt? Boah, der hat Magen-Darm-Krebs. Nee, ich hab nie... Ich hab... Was war... Das war so, dass die... Ja, warte mal kurz. Ich hab so weit... Ich hab... Ich hab so weit gelesen, dass ich... Wieder keine Waffe in der Porte. Dass ich... Dass ich gelesen habe... Dass die... Betrunken war. Irgendwas betrunken war. Aber? Die Leute waren betrunken. Die Männer waren betrunken und haben die beiden mitgemacht... Er wollte die Gin retten, aber der hat dann die gepackt, haben sie zusammengeschlagen und die Gin ist eine Wahrsam von dem Bösen. Aber... Die haben was angetan. Aber hier oben was... Welche was... Welche was angetan haben? Kannst du dich mit Empängern ausdenken? Sag das nicht! Das haben sie aber gemacht, 100%. Oh... Die musste Märchenbücher vorlesen. 100%? Nein... 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 Doch nicht... Doch nicht Märchenbücher! Ja... Oh ne... Wie können sie ihr das antonen? Märchenbücher! Das geht doch nicht! Und das... Das ist 10 Stunden lang. Guck... Wir sind tot ausgebaut! Man sitzt nicht weg und ausgebaut. Schwert! Was schockt! Nee, merke ich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Warte mal, ich will mal gucken, ob der Munition verkauft. Und? Tut das? Nee. Aber der Medipax ist noch verkauft. Flexibler Schlauch. 20. Muss ich jetzt auch noch sagen, wieviel ich hab? Ja. Dann lass ich mal gucken. 25. Ich hab 25 Medipax. Ich hab bloß... Die ganzen Zombies sind aber immer fast spullos verschwunden. Willst du da haben? Hier ist ein Koffer. Willst du da haben oder ne? Ich... Hier. Die Waffe. Hier links in das Wallang. Willst du die Waffe haben oder nicht? Mit dem redet schon. Mit ehren von euch behäten. Nee, ich brauch keine. Ich hab... bin voll. Ich warte auf euch. Ich hab keinen Fall... Ich hab keine. Ich hab keine. Also wenn das Verhältnisse werden, die wir die Krachen nicht sehen können. Boah. Willst du das wissen? Menschen? 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 Sind von der Kirche sind das welche? Das ist mir egal. Nein, es regnet Oh, da machen wir den Fass hin oder so Vunderbar Ne, jetzt Munitionsverspannung Der Zombie ist jetzt nicht so Hab ich doch Ey, los jetzt, wir müssen Jhin retten Die sind da schon, hä? Gulli-Loft Nein Wieder Ab, was er kann nehmen Gibt's keine normalen Wege hier? Hm, nee Oh, nee, können wir das nicht überspringen? Nee Wir müssen das überspringen Sind aber andere Da lang Wir müssen Jhin retten Achso Wir machen aber jetzt Wir gucken jetzt Da ist ein Explodiervieh Da ist ein Explodiervieh, hau ab Lass mich mal rein Lass mich mal rein Naja, lass mich mal rein Geh weg mit dir Selbstmörderfleisch Da lang Auf dem schnellsten Weg zu Jhin, egal was ist Ja, besser ist Rettet das Mädel Die muss mehr Ich bin schon mal Ich muss jetzt mal duften Ich muss jetzt mal duften Ich muss jetzt mal duften Siehst du die Zusammenarbeit zwischen uns? Das klappt schön. Hat denn der blitzgebohlt denn bei den... Achso, wenn der dicke Leak fängt auf dem Kopf ab. Wollte ich bloß mal sagen. Hier oben. Meine Lampe ist aus. Meine O. Meine O. Lauf mal einfach blind weiter. Klasse. Und wenn so ein Explosionsvieh kommt? Kann man sehen. Ich hab Türbekunst um rausgehen. Polizeischatzen, oder? Was? Oh Mann. Jaja, Polizeibacher. Ich hab's an der Tür gesehen. Also, Polizeizeichen. Ich bin draußen noch. Ich auch. Waffe zücken. Nehmt die Waffen. Guck mal, hier ist unser Auto. Nehmt die Waffen. Haltet euch mal bitte. Oh, ich hab auch... Ich hab auch nicht grad viel mehr. Pass auf, hier ist Blitzel. Hier ist Blitzel. Insgesamt 15 Schuss hab ich bloß. Ich hab's da gelassen. Ich hab's da gelassen. Aufschalten, oder was? Ja, Aufzeichnung. Aufzeichnung. Was? Aufzeichnung. Was haben? Hier geht's lang. Was macht der durch? Ich hab's mit Doppelklinge. Ich hab's mit Doppelklinge. Ich hab's mit Doppelklinge. Warte! Was macht ihr denn hier soo... mit der Chin... Die wollen auch ihren Sport machen. Warte! Was ist das? Hier ist die Tür zum Aufbrechen, warte. Hier ist die Tür zum Aufbrechen. Wir machen, wir machen. Ich habe mich in den Trainer gehauen. Scheiße, weil ich diese Einziehungskraft habe. Ich habe die Tür zugemacht. Ich habe sie ja wieder aufgemacht. Warte mal. Habt ihr keine Waffen? Für den? Nein. Warte mal. Hast du einen Katana? Ja, habe ich. Na gut, ich häng ab, du hausten. Genau so. Clinch? Du bist schon tot, tot, draußen. Ja, danke. Du wusstest, bin ich tot. Ich bin tot. Du, ey. Ich stelle dir vielleicht einfach ein, ey. Wo ist der Hausrank? Ich komme. Ich komme. Ey, du, das tut mir jetzt auch mal leid. Echt jetzt. Hier ist der Bauplan. Hier ist Pistolenpolition. Wo? Hier auf dem Tisch. Oh, schwere Pistolen. Oh, schwere Pistolen. Oh, Tesla-Messerhaftbomb. Leifklauch. Herstellung von Pistolen. Wo ist denn das? Herstellung von Polizei. Oh, cool. Möchtest du wirklich? Ja, möchte ich. Oh, toll. Und schon habe ich es wieder nicht. 14 Schuss, ich gehe krachen, ey. 14 Schuss, ich gehe krachen, ey. Hier liegt eine Waffe, wenn einer anbraucht, will. Ich brauche keine. Oh, das Lappen. Was machen wir jetzt? Ich weiter hinterkommen. Geht's doch noch weiter. Also. Ja. 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 Ja.